Seit vielen Jahren arbeite ich nun bereits mit Motion Control Equipment von Black Forest Motion. Bin damit sehr, sehr zufrieden. Pine 2 Controller, jetzt hier die NT Mini Pen Tilt Köpfe. Das Allerwichtigste beim Motion Control System ist für mich, dass es zuverlässig ist. Es muss wirklich stabil laufen. Und hier ist es tatsächlich so, ich baue das auf, nach 5 Minuten steht das grundsätzliche Setup. Dann programmiere ich meine Bewegung, das dauert weitere 2 bis 3 Minuten und dann läuft die Kamera. Ein weiterer Punkt ist, dass es wirklich sehr leicht ist, jetzt gerade mit den NT Mini. Das Setup ohne Stative und Kamera wiegt ungefähr 5 Kilo und das ist mit drei Motoren wirklich, wirklich wenig. Und der dritte Punkt, den ich auch sehr gut finde, ist, dass es ein modulares und offenes System ist. Das heißt, ihr könnt tatsächlich bestehendes Equipment in der Regel anschließen. Die Jungs von Black Forest Motion beraten euch dazu gerne.